Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, Ars Reiter. Wir sind in Folge Nummer 27 von Transport Tycoon. Und der Zug ist gerade angekommen. Ich habe gerade drauf geklickt, ich hatte noch rot gesehen und er ist tatsächlich jetzt mit 11.000 im Plus. Das heißt, mit Anfahrt und sowas, ich gehe fast von aus, dass der Zug jetzt doch plus schmeißt. Wir können gleich den anderen noch gucken, dann seht ihr das auch. Es waren ja zwei von diesen roten Pfeilen da. Und hier fährt der zweite, mal schnell reingeschaut. Okay, der hat aber noch Minus. Das wird sich aber, denke ich, mit der Zeit ergeben, dann könnte ich mir vorstellen. Ich denke mal, nach dem Intro schauen wir da weiter. Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Ist das jetzt der? Ja, das ist der. Der hat jetzt leider noch zu viele Miese. Aber der hat jetzt auch 20 geladen und der andere hatte auch so viele bestimmt geladen. Und ja, der Bienen-Udo war das. Der Bienen-Udo hat mir geschrieben, ich soll alles zweigleisig ausbauen. Und das funktioniert. Und dann können auch die Standzeiten zu Geld gemacht werden, weil die Züge natürlich auch viel eher ankommen. Ist klar. Das müssten wir dann mal in Angriff nehmen. Aber das ist jetzt natürlich auch nicht so leicht. Aber wir haben 500.000 Plus. Sollte funktionieren. Also da würde ich jetzt tatsächlich dann erstmal schauen, dass wir wirklich hier diese Gleise hier verlegen. Und hoffe, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, das Signal steht da noch ganz gut. Aber naja, das ist dann halt so. Machen wir erstmal hier zweigleisig rum. So, das passt schon mal. Jetzt müssen wir nur gucken, aber das passt hier auch alles. Allerdings muss von da definitiv nach hier rüber gerade ausgefahren werden. Aber warte mal, da kann man doch hier irgendwie was machen, oder? Krümmung zu groß, Bau nicht möglich. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Kreuzweiche geworden ist, oder ob man das sieht jetzt nicht so unbedingt so aus, ne? Hochgeschwindigkeits-Tool. Ne, das würde ich nicht. Konnte man hier irgendwas ändern? Ich glaube nicht, ne? Ja, ist erstmal so. Aber wir wollen ja jetzt weiterkommen mit der Strecke und einfach das Gleis hier weiterbauen, ne? Das geht jetzt nicht weiter. Ah, jetzt geht's weiter. Okay. Ich glaube, das ist nicht richtig da dran, ne? So ist besser. Ja, ist gar nicht so teuer, wie ich gerade sehe, ne? Ich dachte, das wäre viel, viel teurer. Ja, dann. Bauen wir mal bis hier hin. Jetzt müssen wir hier leider noch ein Stück abreißen, denke ich. Ah, wir müssen erst warten, bis der Zug hier vorbei ist, sonst klappt das, glaube ich, nicht. Und hier hin müssen wir vielleicht auch nochmal gucken, dass wir das abreißen nochmal. Dieses Gleis hier wird sein. Zwei Signale werden entfernt, okay. Ist erstmal so. Ja. Dann schnell wieder hingebaut. Und zwar... So. Und wir müssten dann von hier noch... Da weiß ich jetzt gar nicht von da nach da. Geht das so? Wohl so, ne? So, jetzt müsste das alles klappen. Und ja, Signale müssen wir da wieder haben. Weil die haben wir aber gerade abgerissen, ne? Ich glaube, so passt's. So passt's. So passt's. Also jetzt mal hier nochmal zwischen welche. Okay, hier... Ist das schon. Und hier steht schon ein Signal. Und hier müssten wir dann mal gerade was abreißen. Nämlich das hier. Und dann schnellstens... Das wieder anschließen, ne? Ah, das ist verkehrt. Das ist richtig. Irgendwie kloppt's noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Jetzt aber. So, und dann fahren die schon mal zweigleisig bis hier hin. Das ist doch schon mal gut, oder? So, durch dieses Tal hier müssen wir dann durch. Okay, irgendwo fährt hier ein Auto lang, ne? Jetzt nicht mehr. Jetzt steht's irgendwo. Dann machen wir das mal so. Dann machen wir das mal so. Und bis hier hin. Dann machen wir das mal so. Dann sollten wir vielleicht mal gerade schauen, dass wir hier diese Weiche als erstes weg machen. Sieht jetzt nicht so aus, dass hier einer in der Nähe ist. Dann können wir das ganz schnell erledigen. Ich hoffe, der findet jetzt einen Weg wieder. Kein Weg elektrisch. Doch, muss sein. Muss sein. Kein Weg elektrisch. Wo fehlt jetzt? Wo fehlt's jetzt? Wahrscheinlich hier, ne? Genau. Kriegen wir sofort hin. Kleinen Moment. Jetzt fährt er wieder. Alles klar. So, jetzt müssen wir hier nur gucken, dass wir das auch nochmal anders kreuz rum machen, ne? Oder? Geht das? Wohl nicht. Okay, das heißt, so rum geht's, aber andersrum geht's nicht. Nee, geht so nicht. Dann kann's nur so funktionieren, ne? Also, die können jetzt da rüber fahren und wenn sie rauskommen, können die auch da rüber fahren. So muss es sein. Und Signale hier. In Fahrtrichtung so, in Fahrtrichtung so. Und hier sollten sie sich kreuzen können und dann hinfahren, wie sie müssen. Ja, 100.000 hier plus, das sieht gut aus. Wir haben, oh, 1,4 Millionen, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Wenn ich mich jetzt nicht irre, müsste alles klappen, oder? Von da hinten bis hier sind wir durch. Wir können zweispurig hier rumfahren. Fahren hier aber einspurig weiter. Wir müssen jetzt hier aber gucken, das ist da ein Signal. Nee, da ist kein Signal, das machen wir jetzt aber noch schnell. So, hier sind Signale, das passt. Und hier sind auch Signale. So, er fährt jetzt hier lang. Ja, jetzt müssen wir hier diese Strecke weiter ausbauen. Gleise. Diese Gleise weggerissen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das nur passend hier hinkriegen. Sieht gerade schlecht aus. Mach das mal. Jetzt reißt das hier mal gerade weg. Die Spur gerade ziehen. Passt. Und diese Spur gerade ziehen nach da. So, das wäre jetzt hier eine Kreuzweiche. Aber das weiß ich nicht, ob das funktioniert oder nicht. Wie kann ich die Werkzeuge? Ich weiß nicht, ich glaube, die fahren jetzt nicht hier so lang, oder? Das ist keine Kreuzweiche, aber irgendwie war das mit dem Umstellen noch, oder? Ah, Doppelkreuzweiche. Ja. So, jetzt ist es richtig, das geht. Und das musste man hier hinten auch irgendwo so machen, oder? Oder kann man hier machen, ne? Obwohl, da wäre es jetzt gerade tatsächlich egal gewesen, ne? Ja, da wäre es, glaube ich, egal gewesen. Keine Warnung, wie schön ist das denn? So, jetzt haben wir das Stück auch schon zweigleisig. Jetzt ist es nur noch von dieser Ausweiche bis zu dem Bahnhof da zweigleisig zu bauen, ne? Da kommt schon mal der Personenzug. Ach, okay, hier ist das jetzt ein bisschen tricky. Hm. Wir sind aber auf der linken Seite mit dem zweiten Gleis, glaube, ne? Da kommt der Zug, der Güterzug. Wo sind die Ausweiche? Die muss ja jetzt hier langsam kommen, oder? Da ist sie. Ne, ich werde erst mal das Gleis daneben legen. So, geht's schon mal besser. Lass uns das erst mal bauen. Und hier weiter bauen. So, da ist es schon mal. Jetzt ist hier ein Problem, oder was? Ne, der fährt gerade weg, alles klar. Gut, das würde bedeuten, wir müssen jetzt hier schnell was bearbeiten, oder? Reiß das mal hier weg. Gut. Passt. 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 So, jetzt wird's hier tricky. Wo ist jetzt hier mein Zug? Äh, mein Gleis? Ich seh's leider nicht. Es ist richtig, ja. Und das bedeutet, wir müssen hier... Ah, ich glaub, da geht keine Kreuzweiche raus, weil zu steil, ne? Kann da sein? Hm. Das ist schlecht. Gut, dann reißt das besser nochmal da raus. Okay. Und, äh... Dann machen wir das ganz weg da. Und dann... Machen wir das besser andersrum. Oder... Nochmal so. Geht hier jetzt eine Kreuzweiche rauszumachen? Ne, wohl nicht. Geht auch da nicht, schade. Das bedeutet... Wie kriegen wir das denn hin? Wie kriegen wir das hin, dass das eine Kreuzweiche wird? Wahrscheinlich nur so, oder? Krümmung zu groß. So, jetzt muss ich das wegmachen, dann kann ich das anrufen, und dann kann ich da ja sagen. So, jetzt ist das eine Kreuzweiche. Jetzt muss ich hier natürlich wieder abreißen. Und dann wieder ein Gleis haben, was da anfängt und dann da reingeht. Schade, Krümmung zu groß. Dann kriege ich das so nicht hin. Dann deutet das weg, und das weg. Schiene, Schiene, weiter hier. Passt. Den schließen. Und eine Kreuzweiche rausmachen. Passt. So, und hier wäre jetzt die Kurve nach da zu machen, aber das kriege ich nicht hin. Aber wir können es auch mal probieren, gerade mit dem Trick, den wir gerade hatten. Krümmung zu groß, Bau nicht möglich. Ach so, da ist schon das ganze Werk. Krümmung zu groß, okay. Krümmung zu groß. Das geht da definitiv nicht. Krümmung zu groß, das können wir also knicken. Ja, das wird nichts. Leider können die Züge jetzt nur noch da rausfahren. Ist halt so, ne? So, okay. Da haben wir das auf jeden Fall gebaut. Wir sind jetzt zweispurig bis hierhin. Jetzt ist nur die Frage, keine Kreuzweiche hier. Die müssen wir natürlich noch machen. Damit die auch von dem Gleis zu dem Gleis kommen. Wieso kriegt ihr das nicht hin? Jetzt sagt er mir, Krümmung zu groß, ne? Da geht's. Da geht's nicht. Wahrscheinlich funktioniert das hier gar nicht mit der Kreuzweiche. Das wäre schön gewesen, ist aber nicht so, ne? Und dann brauchen wir noch ein Signal, welches hier steht. So passt's. Und so passt's auch. Dann fahren die schon alle richtig. So. Da ist ein schöner Zug, der da Geld einfährt. Wir haben 1,2 Millionen, das ist auch gut. Der Bahnhof ist jetzt zweigleisig befahrbar, bei beiden Seiten. Hier ist die Kreuzweiche dran, ne? Wie wir sehen. Ja, da hat's funktioniert. Ich weiß nicht, warum es nicht auf der anderen Seite funktioniert hat. So, hier ist alles gut noch, bis hier hin. Und hier geht's jetzt nicht weiter. Da haben wir, glaube ich, schon zweigleisig, ne? Ja, haben wir. Das ist eine Kreuzweiche, ja. So, und das würde bedeuten, wir gehen wieder auf Gleis und fahren jetzt weiter bis da runter, ne? Jetzt ist nur die Frage, wo ist bei dem anderen das? Okay, spielt wahrscheinlich gar keine große Rolle hier. Naja, doch, spielt eine Rolle wohl. Hier reißen wir gerade weg. Schließen das da direkt an. Passt. Und hier müssen wir jetzt weiter bauen. So, und hier haben wir jetzt die Krux. Wenn der weg ist, müssen wir umbauen. Weg. Weg, weg. Und zwar jetzt, äh... Gleis wieder herholen. Passt. Passt. Und der hier jetzt... Äh... Das ist hier aber komisch, ne? Okay, jetzt steht wieder einer. Wieso kann der das Ende jetzt nicht mehr da dran machen, hm? Oh, das ist jetzt wieder krass, oder? So, jetzt sollte die Warnung hier wegbleiben. Ah, die stehen beide da. Warte mal, ich musste das so machen, dass ich... Beide Aufrufer kurz. Einmal ausmacher und wieder anmache und dann fährt er, oder? Zug 1. Passt nicht. Achso, hier wahrscheinlich. Äh, da ist schon mal eine Stelle, wo es nicht geklappt hat. Einer von den beiden sollte jetzt schon wieder fahren, oder? Ne, weil hier noch nicht angeschlossen ist. Oder? Doch, hier ist schon angeschlossen. Kein Weg. Zug 1. Zug 1 kann nicht. Und Zug 3. Fährt jetzt einer? Kein Weg. Hier kann er rüber. Hier ist noch alles gut. Hier ist doch alles gut, oder? Ich sehe jetzt hier das Problem nicht. Also muss ich das hier gerade noch anschließen. Passt. Zug 1. Einer fährt von den beiden schon wieder. Zug 3 kann fahren wollen. Signale. Signale passen. So, jetzt ist noch die Frage, warum der eine nicht kann. Machen wir eine Doppelbar hier raus. Mal gucken, ob das dann klappt. Aber Zug 1 fährt immer noch nicht. Zug 1 fährt da unten runter eigentlich. Also hier habe ich ja nichts dran geändert. Das ist ja alles gut, oder? Aber vielleicht muss ich Zug 1 einmal anhalten und wieder starten. Kann das sein? Also hier ist noch die Doppelbarkeit. Kein Weg. Weißt du was? Fahr einfach zu dem anderen hin erstmal. War der am falschen Bahnsteig? Nein, oder? Ja, wir werden es gleich sehen, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, wo die hinwollen. Gute Frage, aber eigentlich ist der Weg ja jetzt da, oder? Lass ihn so fahren. Wenn er fährt, fährt er erstmal. Das ist schon mal gut. Und solange er fährt, nimmt er auch Geld ein. Das ist auf jeden Fall gegeben. Gut. Hier ist der rote Pfeil. 400.000 plus oder fast 500.000. Der zweite, wo ist der? Das ist der Güterzug. Oh, der fährt miese ein. Okay. Und der andere ist hier. Der fährt 200.000 plus ein. Okay, da sind wir aber jetzt ein Stück weiter. Wir haben jetzt hier schon zweigleisig gemacht. Ich glaube, das letzte Ende dahinten fehlt noch nach Leitzkau. Hier ist noch einspurig das letzte Stück. Das müssen wir noch bearbeiten. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich für's Zuschauen. Und wir mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo abmacht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.